Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Wie sterbe ich unfair oder ja die unfairsten Mods ever. Minecraft, das Let's Play mit dem Rollenspielaspekt. Ja, toll, ich habe es noch ein bisschen retten können. Ich bin nach dem Part Ende extrem schnell nochmals in die Hölle gegangen. Wäre fast schon wieder runtergestürzt. Habe dann mit Komatit Pflasterstein runtergegraben und konnte noch die Diamantschwitzhacke retten. Aber sonst, das Feuerzeug, weiß jetzt nicht, was ich alles noch retten konnte. Ich sehe es gerade nicht so. Aber, na gut. Es ist halt unfair. Man tut doch automatisch aus dem Portal laufen. Also, wie so muss dann direkter Abgrund sein. Und dann Lava unten, dass nur ein Tief ist, dass man gleich von Fallhöhe stirbt und die Eitmissdampfe brennt. Ja, wunderbar, oder? Ja, wunderbar. Finde ich doch toll. So, aber jetzt tun wir mal, ja, uns weit wieder vorbereiten für die Hölle. Wir müssen, ja, mal kurz schauen. Dann, ähm, das noch reintun. So. Ähm. So. Dann verzauben wir später. Die Diamantschaufel, Behutsamkeit, oh, Behutsamkeit. Hm. Was bräuchten wir? Ja. Also. Wir machen jetzt mal Eisenwerkzeug. So. Ähm. Nein. Einmal so und einmal so. Gut. Ah, noch ein Eisenschwert. Ja, nicht ein Eisentopf. Ähm. Ja, wo haben wir dann die Kiste mit? Machen wir die mal hier ran. So. Ich hoffe, das reicht. Ähm. Haben wir noch noch? Haben wir die Kiste mit? Da. Da ist noch rein. So. Also. Wir brauchen Levels. Wir leveln mal ein bisschen beim Monster irgendwo. Und dann brauchen wir noch, äh, Diamantenzeugs. Was ist denn los? Wieso ist das so verbuggt? Schlimm, wie das immer verbuggt ist. Na gut. Ja, wir könnten mal kurz rein in die Hölle, aber... Ja, mit Erfolg werden wir da nichts erreichen. So, ich hab hier eine... Oh. So leckt das extrem. Dankeschön. Ich hab jetzt hier seinen Weg nach unten gegraben, aber... Ja, ihr seht's. Gott, oh Gott. Ich mag ja, aber nicht. Das leckt immer so extremst. Ja. Toll. Deckt mal hier ein. So. Das Pferd, das gehört mir. Also, das lädt davon. Ich muss irgendwo an... Köpfe von Witte kommen. Ich glaub, die Monster machen die Spawn Chancen einfach weg. Das ist nicht so gut. So, gehen wir mal hier rüber. Es ist gefährlich, ich weiss, aber ich möchte unbedingt... Mal, ähm... Vorwärts kommen. Weil ich brauch so ein bisschen Sachen, damit ich recht gut bauen kann und so weiter. Ja, das ist das Problem. So. Ähm... Es ist nichts. Da. Überhaupt nichts. Hm. Drüben ist auch noch eine Festung. Gut. Das machen wir dann mit dem Pferd. Das haben wir auch verloren, hä? Das Spawn Sex vom, ähm... Rentier. Na gut. Gut. So. Hier. Hm. Ist auch nichts Gescheites. Ja, ja. Ja, ja. Ist nicht so interessant, hä? Was ist das? Ah, das ist die. Äh, der Zaun. Äh, der Zaun. Ja, ja. Ja, wo sehe ich hier? Wo habt ihr hier Zehen gelernt? Hm. Wölfe. Ihr seid am falschen Platz. Na, das hat nur Creeches, hä. Hm. Gut. Ja, dann müssen wir ein paar Quarze sammeln. Für ein paar Level. So, Delle. Ähm, Essen? Haben wir auch nichts. Mist. Ist natürlich blöde. Ja, da gehen wir einfach zurück. Oh, mit Peaceful. Haben wir auch den Stress gerade nicht. Ich habe genug Stress. Durch Path of Exile und hier durch Minecraft. Hm. Gehen wir mal ein bisschen herum. Was sind das? Was ist das? Komisches Zeck. Ja, ja. Oh. Das sind auch Pferde, ja. Okay. Bisschen Läde sammeln, hä? Danke, ähm. Blöde, äh, brennende Blöcke. Kommt. Was ist denn das? Schöne schön, hä? Ja, also, genug. Weg. Ja, dachte schon, der würde noch mehr schreien und leben. Hm. Ja, ist mal wieder spannend, Hüchi. Wir sind hier so ein bisschen eingegrenzt, eingekerkert, voller Lava-Blöcke. Hm. Und Slowness. Was sind diese Grad-Mähler? Die haben irgendwie eine Bedeutung. Ich lasse die lieber mal. Oh Mann, ich kann immer noch nicht zoomen. Na gut. So. Noch ein bisschen Quarz. Wir brauchen 30 Levels. Ah, ist so nervig hier. Und hier. Quarz. Die haben wir auch Soul Sand. Ähm. Ah, da gehen wir jetzt nicht rüber. Jetzt muss ich irgendwie, ähm, da ist der Tod, da unten. Da muss das Portal hier oben sein. Müssen wir auch noch mockieren. Und ja, den Tod können wir dann wegmachen. Und da habt ihr gesehen, paar Skorpione. Hä, Spiel? Bist du zu langsam? Merkst du nicht, dass du falsch spawnst? Tja. Na gut. Sieht ganz anders aus als ein normales Netter, hä? Auch wenn es die gleichen Blöcke sind. Oh je. Oh je. Oh je, bla 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 Blöcke. Schwellender Grasblock. Okay. So. Okay. Ja gut. Da haben wir noch Eier. Hm. Noch mehr Eier. Das haben wir hier unten. Da können wir eigentlich wie nach oben. Äh, also raus aus der Hölle. Ja. Da haben wir nur 22 Level, aber die können wir noch in den machen. In der Farmwelt. Wenn wir Essen haben. Ah, das arme Steak. So viel Steak verbrannt. Schrecklich. Ja, ja. So, also. Make Punkte. Zwei Tode. Hä, wieso hat das zwei Tode generiert? Spawn. Farm 2. So. Ja gut. Dann gehen wir raus. Dann haben wir das mal erledigt. Hm. Ja, wir brauchen Essen, hä? Wir müssen, ja, ein bisschen um die Tiere kümmern. Gut. Kümmern wir uns um die Tiere. Ja, toll. Hä, blöder Bambus. Haben wir sonst noch etwas zu essen? Jetzt müsste er hier drüben sein. Einfach zwischenzeitlich jetzt zu essen. Machen wir Brote, hä? Brote. Brote. Hm. So eine Frechheit. Ich kümmere mich zu wenig um das. Ei. Bin ich böse. Ich verhungere noch in so einem Spiel. Das geht noch gar nicht. Und dann hier noch. Ups. Die kämen nicht so viele Setzlinge. Also Seeds. Samen. Gut, jetzt geht's besser. Also. Dann haben wir hier mal. so, ähm, Samen. Mal hier ran. Hier haben wir schon. Gut. Eier. So viele verschiedene Eier. Okay. Gut. Ja, es sind weniger. Können wir das Leder noch irgendwo hier reintun? Das müsste vorne sein. Ähm. Ja. Legen wir alles vorne rein. Und, ähm, dann können wir uns noch um die Tiere. Gut. Lalalala. Ja. Leder. Da. Quarz. Da rein. So, da rein. Und, ja, jetzt nach oben. Und, ja, jetzt nach oben. Hallo, Sepp. Oh. Ich muss hier an die Kiste, genau. So. Gut. Dann schauen wir mal. Hier, und, ähm. So. Haben wir noch ein Schaf? Ist denn noch ein Schaf? Nee. Na gut. Dann mal die Hühner hier. So. Mal kurz ein bisschen hier ernten. Können die hier auch essen. So. Aber wir brauchen mehr, sonst geht's zu wenig schnell. Ja, ja. 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 So, das reicht jetzt mal, gell. Gut. Die noch. So, Delle. Da noch ein bisschen. Jetzt. Gut. Die Hühner haben noch Hunger. So. Hat die auch noch Hunger? Die haben gar keinen Hunger. Wieso kommt die dann hinterher? Hm. Okay. Ja. Jetzt können wir noch mal zehn Minuten ein bisschen Monster jagen. noch kurz schnell zur Truhe und die Sachen reinmachen. So. Noch hier in die Truhe. Ja. Also, dann gehen wir wieder in die Farm-Bad, machen die Monster wieder an. Ja, wie gehabt. So. Also, Monster on. Jetzt ist halt wieder Tag. Aber, ähm, wenn es Nacht wird, können wir wieder ein bisschen Skleet hier haben und so weiter. Ja. Können wir hier irgendwo leicht runter. Hm. Wir haben auch keinen Eimer, hä? Können wir wir uns um einen Eimer. So. So. Okay. Gut, nochmals nachfüllen und dann gehen wir runter und schauen, ob es hier irgendwo Mobs gibt. Ja. Oh. Bist du gestorben? Du armer Fuchs. Kalkstein, hä? Interessant. Kalkstein macht man sehr viel. Ah, ich hoffe, dass das auch möglich ist in diesem Spiel. Ja. Jetzt machen wir hier ein bisschen mehr Schatten für die Monster und bauen hier einfach ein bisschen Kalkstein noch ab. Sehr schön. Ja, das ist immer schön, wenn man neue Rohstoffe ähm findet sozusagen und abbauen kann. Einfach nicht allzu lange, sonst ist es mir zu langreich. Und euch wahrscheinlich auch. So. Dann haben wir hier noch ein paar Blumen zu mitnehmen, die einfach vom Wasser weggespült werden. Moa, moa. So. Und hier ist eine andere Schlucht. Ja. Was ist denn das für eine Physik? Ich werde doch die Pfeile haben. So. Dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Sieht nicht nach Monster. Ein Skeletor ist dort hinten. Aber ich brauche vor allem Spinnen. Die haben wir. Die Fäden sind uns in die Lava gefallen. Okay. Ein paar Levels bekommen. Okay. Ja, recht viel Kohle, das gibt Levels, sonst ist nix an, das ist kein Redstone. Ja, dann noch mehr Kohle, aber, wenn das Spiel das so will, so viel Kohle generiert, dann, ja, bleibt nichts anderes übrig, Monster sind so rare, hier, na gut. Ich habe einfach zu wenig Ausbreitungsmöglichkeiten, damit die Monster nachspawn können. Naja, 24, da haben wir noch mehr, da drüben sind so viele Monster, was ist denn dort los, eine Party? Ja, wie kommen wir jetzt da drüben hin? Gehe ich mal hier durch, hä? Dann zieht es so wenig, mache ich doch mal Fackeln ein. Das muss ich dann rüber, so. Ja, okay, der Part ist leider schon wieder vorüber, der nächste kommt so bald wie möglich. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr zu tun für Path of Exile, Atlas of World. Es kommt ein bisschen besser an, da muss ich schauen, dass ich da nicht zu viele mache. Aber es ist natürlich auch mir am spannendsten, aber, ja, Minecraft ist trotzdem noch das allerbeste Projekt von mir. Ich mag es, bin immer süchtig danach. Also, dann schauen wir mal noch kurz zu den, ähm, Ding, Monstern. Da ist nämlich ein Enderman irgendwo. Oh, der tötet uns wieder. Ja, toll. Und wo ist der? Ah, das ist ein Spinn. Doch, das ist ein Enderman. Aber eine Spinne ist auch noch da. Hm. Ja, ich weiß nicht, wo es ist. Leider nicht. Ja. Komm, wir überziehen noch den Part ein bisschen. Jetzt höre ich ihn immer hin. Aber wo? Hä? Fragezeichen. Ich will jetzt mal zu diesem Skelett. Tja, die große Suche. Ja, ist da oben. Ist egal. Ich will das nicht viel anzeigen, wenn die Minimap so schlecht ist. Okay, es ist ja auch ein bisschen geholfen. Aber trotzdem. Ich gehe nicht so weit nach oben, um Monster zu erledigen. Lieber hier unten bleiben. Vielleicht auf Diamanten dann hoffen. Na gut. Ah, da haben wir noch. Oh, einen neuen Stollen, hä? Ja, toll. Ja. Und jetzt? Haben die schon alles voll wieder. Ja. Ich überlege es mir bis... Ja, nein. Ich muss jetzt das alles treffen. Und was? Ja, komm, die Sachen. Die finden wir sicher bald wieder. So. Also, danke mich fürs Zuschauen und fürs Liken und so. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin Drago Basler. Tschüss.